Das war doch der rote Kreis, aber er war bei mir automatisch schon da Hey! Das B***h war du! Lauf doch, Alter! Let's do this, bruh! Here we go! So? Komm her, komm! Der hat schon gekotzt, der wurde gerade gekotzt, das habe ich genau gesehen Ach, wo bin ich denn? Oh, scheiße! Fuck, Alter, der Typ wird angegriffen! Fuck, ich bin dort! Nein! So, wo ich rausgekommen bin, Alter! Oben... Servus! Ja, genau da! Darf's laufen! Jetzt müssen wir erstmal wieder runter! Duh! Duh! Boah! Ich bin doch gesprungen! Aber irgendwie... Irgendwo gehen! auch tot! Oh, was? Oh, richtig so, was ist jetzt? Och, ne! Das ist der Typ! Hier ist der Typ! Schön, ich bin doch ganz oben! hier sind bullen also die hau dich ja direkt um ja ich bin auch noch bei den typen ich bin schon wieder tot ja was auch wenn bull vor dir steht der haut einmal zu dann liegst du so ein scheiß gefängniswärter helfen wir dem typen hier mit ja das ist ein scheißwitz wenn ich immer zurück nein ich hab dich doch gesehen kommt zurück mann hier zurück den weg brauchte ich hier so denn schnell der typ der steht ja nur hier blöd rum ja rechts ich war mit dir die regel reihe und tisch rum ja du denkst mir geht es besser oder nein ich bin wieder tot was ist denn alter die waren doch sonst nicht so schwer aber erst einmal gebeckert dass sie so leicht sind jetzt haben wir rum dass sie so schwer sind steckt irgendwie wohl viel ein wieso kotzt denn der nicht erwartet erwartet ja du wieses dreckschwein der typ der steht da ist schon wieder einer ich glaube es nicht ja das ist nicht nur ein riese das ist ein richtiger riese er wird gerade gegrillt ich sehe es mal wie viel der einsteckt alter das wird ja gar nicht gejuckt ach moment doch jetzt jetzt hast du ich habe irgendetwas gekillt keine ahnung die typ hast du gekillt er stand als gegner da habe ich irgendwas gekillt keine ahnung was war der typ mal ach hat maul Gut, dass du wieder zurückkriegst, Brüder! Ich bin starven, und ich brauche einen verdammten Schmuck! Kalkanabo? Nö, will ich nie haben. So, ich geh mal reparieren. Alter, das Katana, das ist schon wieder auf 0%! So! Kon weiter gehen! Wollen wir jetzt mal hier das Ding machen? Haben wir jetzt, äh, Inventar, äh, Quests? Ja, ich hab hier ACID Funk mal angeklickt. Alles klar. Willst du mir ein Ausrufezeichen? Ja, das ist ja der Typ. Pass auf, das war noch ein Ausrufe, das ist die Hauptmission! Komm! Fung! Fung! Drogen holen! Drogen! Ich brauche Drogen! Drogen, vielen Tag! Vor Drogen, du fühlst mich mal her. Das war Drogen, vielen Tag! ein gedanke war natürlich ein reno zu raus er ist die wahl ein gedanke und nun müssen wir wieder hier drin natürlich ist er wieder hier vorne da ich wollte kotzen lassen wir sehen wo ich jetzt rauskomme diesmal wenigstens gescheid ich doch mit letzten schultern er kotzt nicht alter ich habe das falsche kotz schwert er brennt aber ist ja wie ein blatt machen kann und doch ja guck mal die energie von dem die ist noch nicht im ende am ende geht sonst wieder auf na und ich habe gerade hier drogen drogen im klo ich habe es geahnt warum im klo ja weil drogen im klo waren ich habe in der klo schüssel waren drogen aber in der klo schüssel wir müssen aber trotzdem noch hier hier ist ja noch was moment oh wahren sie warum ist ja noch was zum aufheben hä hä war hier ich habe es okay das geht wo war es ich habe es nicht gesehen es war da oben irgendwo also über dir oder mit heilschrott vorher war ach so ich war nicht wieder mit heilschrott wo jetzt sagst mal wieder neben missionen mal wieder neben missionen neben missionen ich denke mal ich denke mal mit der session werden wir das abschließen denke ich mal mit 92 prozent wo missionen ein prozent besitz jetzt jetzt wo ist der drogen man ja 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 schuldig du was schuldig du was ohr blitzschnell große schuldig der kann die alle wegschmeißen stimmt Die ist mir nicht scheiße, die braucht mir nicht ewig zum Nachladen. Weg? Nimm die. Die wird aber genauso lange dauern, denke ich. Ähm... Ja. Wo ist sie denn? Das liegt nicht an dir, das liegt nicht an der Schrotflinte, das liegt an dir. Das liegt an mir nicht, so nicht, mein Freund. Das ist doch an deiner Figur, die lädt langsam nach. So, doch bei Neuschlechter jetzt, ja. Kannst du bis hier und wechseln? Hat bei mir automatisch jetzt gewechselt. Wo ich nichts gemacht hab. Oder? Ne, doch nicht. So. So hier lang. Boah. Danke, tschüss. Wiedersehen, wiedersehen, tschüss. Wir gehen jetzt zum Schlechter. Und lassen uns abschlachten. Oder wir schlachten ihn ab. Mal gucken, wie der Schlechter aussieht. Ach, das ist doch bestimmt... Das geht ja nicht so. Das geht ja nicht so an. Was ist das? Was? Alter, das sieht nicht gut aus. Alter, was ist hier los? Hier hängt einer an der Wand. Nicht mehr. Und jetzt haben wir ein bisschen gekommen und wie es alles sieht. Werder. Alter. Du Pöbel bist doch schlechter. Du willst du? Das Ding. Komm, ich mach auch platt. Warte mal, noch nicht. Doch, schon. Oh, das ging ja schnell. Hä? Doppelklänge. Ach, guck mal, was hier auf dem Tisch liegt. Dafür, dass das angeblich so ein Mega-Rombo sein soll. So. Guck mal, was hier auf dem Tisch liegt. Kopf. Ähm, ja. Weiß ich nicht. Der soll die ganzen Zombies glatt gemacht haben. Das kann mir ja keiner erzählen. Das war das jetzt. Ich hab jetzt echt gedacht. Der wird übelst schwer. Also, der soll die alle Matsch gemacht haben. Du bist jetzt auch, du bist jetzt auch mit dem Gefühl recht. Jetzt wird's schwer, oder? Ja. Ich bin mit dem Gefühl hier hin. Jetzt kommt bestimmt ein Obermots. Und so ein Riese. Dann sehe ich den. Naja, okay. Vielleicht kann er ja doch noch schwer werden. Krass, Maul. So? Na gut. So. Der reiht, aber richtig schwer, du. Zwei Schläge und Matsch ist er. Der soll die Zombies-Matsch machen. Der tyrannisiert das ganze Gefängnis, wißt du? Ja, natürlich. Holt zwei Mal zu, ist er Matsch. Ja, ich habe gehört. Gut, Bruder. Jetzt müssen wir mit diesen zentralen Zombies-Matterfuckern. Getscha! Jetzt, Umbergang? Was? Das denn? Hm, ne, ist Katana oder sowas. Ach, das schmeiß ich dafür weg. Das ist ein Katana. Ey, du hast meins genommen. Das, was hier in Dunlager war, meins. Wo ist meins? Das hat der noch. Kann ich so heulen, ich habe es doch gekauft. Ach, ne, ich habe es zweimal. Okay, Moment. Komm. Das ist ein Katana. Wo? Ja, ist okay. Kann ich auch nicht benutzen. Scheiß! Stufe 41 benötigt. Ich habe es in der Hand, dachte ich. Jo. Jo. Ja, ist ein Katana jedenfalls. Jo. Du, du, ich habe es.